Hallihallo, habe die Ehren jetzt. Willkommen zurück hier zu der Stainy Parable Deluxe Edition. Wir haben ja schon zwei Runs gemacht. Einmal sind wir direkt Anweisungen des Sprechers nachgegangen. Das zweite Mal sind wir ein bisschen abgebogen, waren dann vor unserem Büro quasi, wo unsere angeblich Frau drin ist. War jetzt alles gänsefüßchen gezeigt. Seht ihr super, ich weiß. Und jetzt wählen wir noch andere Wege. Wir wissen jetzt, dass wir entscheidend durch jeden Knopf drücken, irgendeine Aktion ausführen und mir aber in einem Paradox gefangen sind. Ist doch. Ich möchte jetzt folgendes ausprobieren, ob das Sinn macht. Eine Sache möchte ich ausprobieren. Wir sollten links gehen, gehen rechts wie im letzten Video. Kennen wir schon? Nein. Müssen wir aber dann auch noch in Zukunft? Ich möchte nämlich doch die Türe hier. Weißt du? Und unten könnten wir auch noch lang. Ich habe keine Ahnung, ob sowas wie Fallschaden gibt. Ich möchte hier rein. Das machen wir, wenn wir da drüber sind. Oder wir können. So vielleicht schon? Nein. Ich finde jetzt den Abstand von hier nach unten gar nicht so hoch. Also können wir, wenn wir die... Also können wir, wenn wir die... Ich habe es doch ein bisschen hoch. Ja. Es ist jemanden, du hast Angst, Stanley. Sie, du... Was? Was? Ich war in dem Mittelfdez'un. Du hast keine Ahnung für andere? Du hast das überzeugt, dass ich etwas Schlimmes zu passieren? Was? Ich weiß nicht, wie Sie das zu überzeugen, aber ich wirklich will. Ich will dir wirklich etwas Schönes zeigen. Du schaust. Lass mich das prove. Lass mich das, dass ich auf deinem Seite bin. Gib mir mal eine Chance. 2-B-1 Oh Gott Ah, ja komm, nichts mehr geben wir noch zu brauchen Wieder zwei Türen Was ist denn jetzt? Okay Vielleicht gehen wir so an die Ränder vorbei bei so dunklen Räumen um zu sehen What the fuck Wunderbar Ich fühle mich creepy No, wait, where are you going? Oh no, stay away from those stairs If you hurt yourself, if you die, the game will reset We'll lose all of this Please, no Stanley, let me stay here Don't take this from me Please Stanley, think about what you're doing Just die in the end Warum will ich jetzt Warum will ich jetzt hier runterspringen? Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, was passiert dann? Hey, hier gibt es wieder 8 Millionen Möglichkeiten Warum ist denn eine Kinderzeichnung? Boah, das ist ein bisschen freaky Jetzt gehen wir wieder hier rüber und dann Gut, gut Wir können nicht zu sicher sein Ich versuche mir, dass du da nicht zurückgehe, hm? Just, just stay here Kann ich hier auch runterspringen? Nein, kann ich Alter, ich finde das irgendwie creepy Rot Toll Es ist halt einfach wunderbar Wunderbar Creepy Nein, ich finde es Nein, was sind wir? Du bist all das wir hier bescheiden. Du hast mich schon kontrolliert, nicht wahr? Du. 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 Du.ial. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da, siehst du? Das ist, was du willst. Nein. Nein. Ah, du heilige Maria. Es ist wie ein schlechter LSD-Trip. Es ist nichts gut, das kann aus dieser Sache kommen. Nein. Nein, nein. Was machst du? Du wirst mich einfach nicht glauben? Was kann ich sagen, um dich zu überzeugen? Stanley, gehen wir zurück in die andere room. Kannst du das für mich tun? Ja. Vielleicht kannst du. Vielleicht kannst du endlich sehen, was ich darüber spreche. Den anderen? Du kannst nicht springen, Errungenschaft freigeschalten. Oh, mein Gott. Ist das wirklich so, wie viel du nicht möchtest mein Spiel? Dass du dich von dieser Plattform über und über rauskommst? Du bist literally bereit, sich zu töten, um mich zu fühlen. Am ich zufrieden? Ich lebe die Situation richtig? Ich lebe die Situation richtig? Oder vielleicht bist du einfach nur ein kick aus. Ich weiß nicht mehr. Ich wollte nur uns zusammenkommen. Aber ich glaube, das war zu viel zu fragen. Es sieht aus, dass du eine Wahl hast. Also, dieser ist dein. Das tut mir schon ein bisschen leid. Oh, Mann. Ist es vorbei? Es wird wieder starten, oder? Ich gehe zurück. Ich habe mir jetzt irgendwo Notizen gemacht, hat er doch gemeint, oder? Seht ihr irgendwas in meinem Raum? Okay. Wir wissen, was zu tun ist. Andere Tür. Nicht die linke, sondern die rechte. Also nicht die rote, sondern die blaue war es, glaube ich. Das war's. Wenn Stanley kam zu einem Setz von zwei Open Doors... ...this war nicht der richtige Weg zur Begründung, und Stanley wusste es perfekt. Vielleicht wollte er zuerst stoppen bei der Lounge, erst einmal um ihn zu erinnern. Standing in dieser unglaublichen Raum, Stanley für die erste... ...eger zu gehen zur Begründung, Stanley betrug die erste Open Doors auf seiner Seite. Stanley war so schlecht, es war unglaublich, dass er fünf Jahre alt war. Nicht unter, gibt es hier keine Möglichkeit? Irgendwas, was nicht ganz so tief ist, die ich drauf springen könnte? Look, Stanley, ich denke, dass wir vielleicht auf den falschen Weg gekommen sind. Ich bin nicht dein Gegen, wirklich, ich bin nicht. Ich verstehe, dass investieren, deine信 in jemand anderes kann schwierig sein, aber das ist, dass die Geschichte nichts über dich, all diese Zeit. Es ist jemanden, du hast, Stanley, jemanden, du hast... Was? Ich war in der Mitte von etwas. Du hast keine Begründung für die anderen? Du bist so überzeugt, dass ich etwas Schmerzen etwas Schmerzen habe? Warum? Ich weiß nicht, wie Sie das zu überzeugen, aber ich wirklich möchte Sie helfen, zu zeigen, etwas Schönes zu zeigen. Schau, lass mich das tun. 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 Das ist wichtig. Stanley war über die Runde. Aha! Vielleicht hast du verstanden. Stanley war über die Runde. Ich glaube, wir sprechen nicht. gut. Stanley war über die Runde. All right, go ahead, Stanley. Du willst wissen, was da drin ist? Du willst wissen, was liegt am Ende dieser Straße? Du hast gewonnen, du hast gewonnen. Ich lasse mich dich zu stoppen. Scheiße, was ist denn jetzt... was da drin ist? was da drin ist? Du hast es, du hast es, du hast es, du hast, Jetzt hab ich halt wieder drei Optionen. Huh? It's instinct mostly. A calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Jetzt habe ich ein Leaderboard. This is you. This friend is empty. Okay. Now, would you say that competitive Leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby goes left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about four hours. So why don't you give it four hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? No. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. I'm in Watch Out? Fire! What's up, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Hmm. Hmm. Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man, spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower. Eigentlich die. ...twisted erotic purpose. Hmm. Yes. Firewatch heißt du, oder? ...fassinating venture into the experience of total mental depravity. ...sog auf YouTube sein. Eigenwerbung. ...sog auf YouTube sein. ...eigenwerbung. ...and it seems there's even more. ...come, let's venture outward and see what else is out there. Wie krass ist das denn? ...don't treat... ...on me. Aha. ...ha. ...ha. Ja, kenne ich das Game. No, also. Bisschen creepy. Bisschen strange. ...no, no, no, no. It can't be. ...it is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh. Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that, that, thing. That big, open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any, oh, oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Hm, 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 ok, I think this will be just the thing. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice, big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Jetzt ist das Spiel. Stanley, wenn du dich verletzt in diesem Spiel bist, werde ich sehr empfiehlt. Okay, so was genau hier machen wir? Wir sehen uns. Es gibt viele Autos hier in der dritte, aber es ist natürlich kein Radfahrt. Okay, ich sehe, dass es ein Ball hier ist. Ist das Spiel Sportball? Stanley, ich denke, es ist Sportball. Oh, was Spaß. Wir fahren die Bases und machen ein Touchdown zusammen? Ja, ich denke, wir müssen. Okay, Stanley, hier ist die Ball. Hab Spaß. Ja? Huh? Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist. But if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure... Hold on. What are you doing? What are you doing? Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Okay. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Hier hat absolut gar nichts. Ich finde das absolut uncool. Inundation. Oh hun. ... Ich weiß nicht, dass ich nur ein Haus kennen. Ich nicht. Ich schau bloß, wie viele Möglichkeiten es hier gibt. Okay. Wind versus Windig. Das ist H genau dieselbe Scheiße, bloß in dem anderen Model. Und hier ist mein Büro. Verstehst du? Es ist genau das gleiche. Vom Level-Design sag ich jetzt einmal. Hier geht es dann. Genau. Hier wird es dann weitergehen. Und da, wo wir zurücklaufen, da ist dann mein Büro. 27. Da wollen wir immer durchstarten. Ne, so ein Half-Life-Vibe irgendwie. Okay, was kann ich jetzt hier tun? Was mache ich jetzt hier? Okay. 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 actually aambi. Once this ends, after all it comes to a close. Dann ill be back. Auch. The end will be here soon. Very soon. Ich kann warten. Aha. Wir sind wieder zurück! Jai! Ähm. Keine Ahnung was ich hiervon halten soll. Mir war nicht einfach mein Firewatch und danach waren wir einfach ein Rocket League. Why not? Also klar kann man machen. Ich würde sagen wir machen jetzt hier meinen Feierabend. Und dann schauen wir mal wo denn unsere Wege noch hinführen. Ich überlege gerade wo wir noch lang gehen können. Ja. Ähm. Bleibt dran. Lasst mir gerne einen Kommentar, einen Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video wo es genau hier an dieser Stelle weiter geht. Bis dahin. Abo die Ehre und Servas. Bis dahin. Vielen Dank.